Servus Burschen! Wir sind heute wieder back. Heute Louis Vuitton Maxi Folge 3. Wir kommen endlich zum Motor. Tags nach 130 kmh Motor wird gebaut. Was sagst du, was sind die Ziele für heute? Ja, sauber arbeiten hast du, dass du wirklich alles schaffst. Wir haben einen alten Motor mit. Wir werden heute ein ganz Buchshop-Unboxing machen. Die Buchshop-Bestellung ist gekommen, über die, was ich letztes Mal geredet habe. Und dann werden wir den Motor, den damaligen 72cc Motor, Tags, du hast schon entdeckt. Ich habe schon ein Ding mit dem Bremsenreiniger am Betrieb gesprüht. Dann ist mir aufgefallen, da ist noch eine Nummer. Keine Nummer? Das ist ein Legendenmotor, 121. Von wo ist er dir bekannt gekommen? Ja, ich habe 120 gehabt. Okay, das war ein Red Bull in Italien. Red Bull Epic Rise in Italien unten. Ja genau, das war eigentlich mein erster Motor von der Purple Legacy Gross Maxi. Und den werden wir heute jetzt reißen. Und das wird der neue Motor für den Ital-Kit von ZTMF zu euch Maxi Factory. Und der Tags wird uns zeigen, wie man den ausspendelt, oder? Ja. Also ich würde sagen, heute eine extrem spannende Folge. 130 kmh Motor, Tags. Let's go, wir starten, oder? Mit dem Gas. So, der Tags hat schon den Zylinder abgebaut und im Motor einmal gespalten. Das ist meine älderste Kurbelwolle. Die war schon bei der weißen Lübe da Maxi. Gross Maxi drinnen. Kirchen. Kirchen. Nein, aber keine Kirchen. Nein, das sind doch keine Kirchenhuren. Aber das ist die älderste Kurbelwolle, die ich hab. DMP 1.0 ist das noch. Aber die nehmen wir trotzdem Tags, oder? Für das Projekt geht das schon. Das wird nicht viele Betriebsstunden drauf kriegen. Das ist schon bewährt. Das Plastik ist schon hart, wenn sie sich schon mit Aluminium verschmelzen. Da hat der Ewa damals schon gesagt, die Kurbelwolle sind an der Grenze. Der Bambaner für die Leute. Der Bambaner ist der Ewa. Ja. Und da Tags, zeigst du heute Überströmer anpassen und ausspendeln für 74cc? So ist das. Das Deppertreuer. Tequila. Tequila. Hm. Aus der Spulerei. Tags Motorfolgen. Glauben keine Motorfolgen mehr gehabt, oder? Sind Motorfolgen welche von deinen Lieblingsfolgen? Oder eher Drehfolgen? Winterfolgen sind das. Winterfolgen? Ja, schein. Okay. Perfekt für den Winter. Aus der Scheibe. Heute hat der Schnee angefangen zu fallen. Ich fülle mir mal raus. Wir sind nämlich in Alaska, der Tags, und wir haben so viel Geld mit YouTube verdient, dass wir nach Alaska ausgewandert sind. Und in der Tags-Werkstatt haben wir 1 zu 1 nachgebaut in Alaska. Was sagst du dazu? Ich habe ein eigenes Aufstöten gehabt. Er hat zwei Monate lang nur alles zusammen... ...hin und her gefahren, oder? Nein, nicht hin und her gefahren. Das hat er auch ein Jahr gebraucht. Aber zwei Monate lang hat er nur die Sachen reingeschüttet, dass es so unrundlich aussieht wie immer. Taxi-Vorbereitung zum Spindeln, oder was? Ja. Sind das illegale Sachen, oder legale? Nein, das sind illegale. Das sind nur wechselte. Halt. So, der Tags-Factory hat alles aufgespannt. Fräser eingespannt. Motor aufgespannt. Tags entspannt. Tags entspannt. Wo warst du eigentlich, dass wir mittig waren? Wir müssen es erst einmal machen. Aha. Zweimal. Also der Durchmesser nicht ganz ausgeht. Okay, jetzt machst du einmal oben, einmal unten. Ja. Okay. 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 Das war's. 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 Einfach so viel vom Buch. Das ist echt geil. Ja. Solltet ihr auf jeden Fall, auf jeden Fall alle beim Tags-Factory im Shop schauen. www.tags-factory.com und wenn ihr schon dabei seid, holt euch einen Anreißer dazu. Erhältlich für jede Zündung Tags, oder? Alle Zündungen, wenn nicht, machen wir's passend. Alle Zündungen in der Welt ohne Air-Intake, mit Air-Intake. Ja. Schaut vorbei, würde mich freuen. Und vor Weihnachten sehen wir uns sicher noch einmal. Perfekt! So, der Motor ist gereinigt komplett. Das heißt, wir können starten mit der Innerein. Lager kommt auf die Kurbelwöhlen drauf. Kurbelwöhlen ist eingekühlt gewesen, der gefriert rufen und Lager ist gerade da mit dem Hartluftwöhlen angeheizt, gell? So ist es. Und das rutscht dann locker flockig auf. Locker flockig. Locker flockig wie ein Schnee flockig am... Am Flockdown. Am Flockdown. Ich weiß nicht, was man gerade zur Verfügung hat. Nein, in der Moped. In der 2-Tag-Tür sollte schon sein. Okay. Aber WD-40, glaube ich, sollten wir nicht nehmen, gell? Mhm. Seberrennen sind drauf. Lager sind auch drauf. Jetzt wird erst wieder verkehrt. Der Dax macht gerade das Unbockbore. Der Dax hat auch 20er Ritzle eingespannt. Und jetzt wird geschaut, Dax? Was wird geschaut? Wie viel mehr wegnehmen müssen? Vom Motorblock. Und das ist gar nichts, oder? Das ist ja ein wenig schlank. Jetzt aber ein wenig die aufs Reim. Das heißt, die Reife ist ja voll auf. Genau. Der Scheiß zeigt da ein bisschen los. Da kann mir irgendwas rausverlaufen. 20er Ritzle ist drin, Dax. Schleift? Überhaupt. Ich glaube, das ist vielleicht ein wenig. 21er braucht es, sagst du. Gibt es auf Buch so 21er? Schreib es in die Kommentare rein, ob es irgendwo 21er Ritzle gibt, Dax, oder? Ich weiß nicht, meine habe ich schon lange gekauft. Da habe ich, glaube ich, das ganze Sortiment einmal genommen. Jawohl, Dax Factory baut jetzt schon die Kugel rein. Das Getrieberadle baut er ein. 20er Ritzle ist auch drauf. Das muss ich aber, glaube ich, da lassen. Aber das braucht der Dax Factory für seinen Rekordfassum, oder? Was 2023 kommt. Steht da hinten. Das wird 2022 das erste Projekt auf meinem YouTube-Kanal. Das sage ich dir. Das war da. Okay. Ich habe was vor. Ich habe was vor. Jawohl. Der ist drin. Dichtwasser. Welche Dichtmasse verwendest du? Kuril K2. Kuril K2. Die Leute, die die Videos bis jetzt alle angeschaut haben, wissen sowieso Dax Factory vertraut auf Kuril K2. Die ist schon flüssig. Die kann man nachher wegwischen. Die rote ist das blödeste, was man nehmen kann. Ich weiß das. Ich habe es ja auch schon verwendet, aber... Die kriege ich es nie wieder weg. Der ist ja nicht zusammengebiegt worden mit so einem roten Scheißdreck. Und vom Bahnhof fahre ich es. Ich weiß. Ich habe auch keine Motoren, was ich so zusammengebiegt habe. Aber... Das Ding, das Scheißsilikon... Das biegt sie überall an. Das kriegst du nie wieder gescheit weg. Das Kuril, das kannst du schnell runterziehen. Ja. Du trägst es doch gleich so grob auf. Im Wald kann man sagen, das tut sich eh von alleine. Ich glaube, man braucht es nicht flach streichen, oder? Nein, das drückt sich dann nicht flach. Dichtmasse drauf. Alles perfekt wieder anpasst und gemacht. Alles da. Und das war das letzte Mal, dass der Motor in seinem ganzen Leben ist. Das Tageslicht erblickt. Den können höchstens meine Kinder dann einmal aufspalten, wenn sie wollen. Schrauben haben wir gekürzt. Ja. Da haben wir jetzt noch ein Kupferringerl. Wegen dem Sogloch. Wegen dem Sogloch. Wegen dem Sogloch. Wie wir da gemacht haben, gell? Und dass die ganze Scheiße da dicht ist, gell? Mhm. Wenn wir gleich als erstes aufhören, darf man nicht vergessen. Und dann passt, ich hoffe. So, Leute, jetzt gehen wir noch einmal alle durch. Schauen, dass wir alle festgezogen haben. Ja. Und dann hängen wir da oben auf die Sauhallen auf. Die lassen sich drücken auf. Mach mal. Ich bin jetzt schon bestellt nicht. Wir müssen weiter tun, die Pizza ist gleich fertig. Mach mal her. Mach mal. Wir nutzen die Schaus gleich nochmal. Mofa-Werk Werbung. Der Mofa-Werk Shop hat wieder geöffnet. Die neuen Sachen. Mofa-Werk-Kollektion. Jetzt online gibt es ihn. Aber sei es, so wie ich es da habe. Oder auch in normalen Schnitte. Erstmalig wieder eine Jogging-House. Da braucht es auch jeder, wenn es daheim vom Fernseher liegt. Und wenn euch meine Videos anschaut, jeden Sonntag müsst ihr das unbedingt da haben. Und was auf keinen Fall fehlen darf, ist auch eine passende Hoodie dazu. Gibt es, glaube ich, einen extrem geilen Farb-Dax. Oder was sagst du dazu? Mega. So blau-lila. Ja. Passt perfekt, gell. Und ja. Bestellt's alle im Mofa-Werk Shop. Teut mich auch gefreien. Schaut's beim Dax-Factor im Shop auch noch vorbei. Es gibt unzählig viele Sachen. Das ist nicht das einzige Logo in allen verschiedenen Grässen, allen verschiedenen Schnitte. Schaut's vorbei. Mofa-Werk.com. Letz'ig auf. Alexa, halt die Schnauze! Das ist aber nicht nur von dir. Auf geht's! Alexa, Ruhe! Tag 2 in der Tax Factory Wir haben gestern den Motor fertig gemacht Die Leute glauben, weil wir es ihnen erzählen Die haben das vor 5 Sekunden gerade gesehen Motor steht ein wenig schief Also Motorblock fertig Zylinder gehabt habe ich gefunden in der Nacht irgendwo Zylinder Liegt auch da Cool machen wir auch wieder da Einen brechenden von MBR Der brecht garantiert wieder da, aber wir probieren es wieder Den habe ich noch über gehabt Dann haben wir Dachs Die ganz speziellen Dachs Factory Steepholzen Schaut euch das an, da ist sogar Dachs Factory eingeläsert Meine Kamera ist gerade zu blöd, dass sie den Fokus macht Und ich weiß nicht wie man das macht Aber die kommen auf jeden Fall drauf Dachs und du erklär wieder Was sind die Spezielle an den Steepholzen Die Spezielle? Die, die sie auch nicht kennen Wir haben da die perfekte Länge Dass sie das ausgeht Dass wir da eine schöne Langmutter aufgetragen können Dann zum Montieren Vererfacht 6mm Nimmst du ein Ratsch oder ein Schlüssel Und reißt es einfach rauf Rauf und eine dran Weil einfach so geht es dann auch nicht mehr Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, voll Sehr gut Und so schnell geht es dann und so schön Und aushalten kann es auch mehr Wie die vom andere Onlineshops Ja, vor allem haben wir 7mm Das heißt Lass da den Zylinder ausschauen Achso, genau Der wird automatisch ge-ezentriert Der wird ge-ezentriert Da sitzt nachher sauber oben Bisschen Luft brauchst aber Das kriegst du nicht rauf Aber Gescheit oben Halt was aus Wird nicht hin Ja, sehr schön Bist zu deppert Zwei Investitionen aber Die hast du dein Leben lang Also wiederum www.tagsfactory.com Das ist die besten Teile Das gibt eigentlich so An alle Fälle Passt Perfekt Und dann würde ich sagen Kommen die nächsten Schritte, oder? Mhm So, ich bin hinten nach Tax Factory Alle Stehbolzen drinnen Problemlos Da da Die Tag Kit wird vorbereitet vom Tag schon Papierdichtung ist drauf Nulllager drin Bietig Scream Dach seine Hint Dach seine Hint Trin Dach Wir machen Die Doppel ist dran Oh dang Was istこの Jo- man Ja, Ich schaffe jetzt mal die Malos 독ans Ich muss die Leute das zeigen. Man lasse die Membran, selber baut eine Ansage stutzen. Grande Finale. Da ist er. Das ist er, oder? Das ist er. 130 km haben wir da. Bis auf Zündung und Kupplung ist einmal alles bereit. Ich würde sagen, das kommt im nächsten Video. Wir müssen noch zwei Teile machen. Wenn wir das einbauen, dann auch gleich und alles. Damit wir nicht zu viel auf einmal bringen, oder? Die Leute müssen das jetzt vorarbeiten immer ein wenig. Wir haben es auch nicht auf einen Tag gemacht, oder? Die LV-Maxi wurde nicht an einem Tag gebaut. Die 130 km sind nicht in einem Tag entstanden. Das sind zwei Jahre eine harte Arbeit. Erfahrungen. Das sind zwei Jahre lang. Okay, Puschen. Dax Factory hat wieder mit allen seinen Uh-How unseren 130 km H-Motor zusammengebaut. Dax, wie sind deine Voraussagen? Was sind deine Schätzungen? Wird sehr, sehr knapp. 130 km H sind schon dazwischen schon eine magische Grenze, dass man das überschreitet. Okay, ich bin gespannt. Ich habe schon ein bisschen Schiss davor, muss ich das sagen. Ich glaube, da muss man den Testfahrer anhören. SH Performance hat sich glaube ich schon gemeldet auf Instagram. Ja, passt. Nein, aber was sind die 130 km H wert, wenn man es nicht selber macht, Dax, oder? Was sagst du dazu? Das muss man selber machen. Genau, so ist es. Ich würde sagen, das war der erste Teil vom Motor. Nächstes Louis Vuitton Maxi Video wird dann vermutlich der Zusammenbau der Fertige sein, den Motor. Was wir für Kupplung einbauen, was für eine Zündung wird es dann beim nächsten Mal sehen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Schaut vorbei im Dax Factory Shop. Schaut vorbei im Mofawerk Shop. Alles vorbereitet für Weihnachten perfekt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch. Servus. Schaut tough. Das ist eine Fahrt. Vielen Dank.